Hat da etwa jemand etwas zubeschwingt ins neue Jahr gefeiert? West Ham United Coach Sam Allardyce beantwortet auf der Pressekonferenz nach der Partie gegen West Bromwich eine Frage über Diafra Sarko. Bis plötzlich... Ach, nach Alex Song haben sie gefragt. Ich dachte, es ging um Sarko. Song, Sarko, das klingt doch ähnlich. Auf den ersten Blick eine peinliche Panne. Doch irgendwie macht diese kleine Verwirrung Allardyce auch unheimlich sympathisch. Auch Fußballtrainer sind eben nur Menschen. Vor allem nach einer mutmaßlich gelungenen Silvesterparty.